Hallo und willkommen zu dem Minecraft Adventskalender 2022. Wir sind hier schon das vierte Jahr in Folge. Bei einem Adventskalender ist es ja so mittlerweile eine Tradition geworden, kann man schon sagen. Letztes Jahr hat es leider nicht ganz funktioniert, habe ich ja auch schon einen Community-Beitrag dazu gemacht. Und dieses Jahr werden wir diese Türchen, diese vier Türchen war das glaube ich vom letzten Jahr, wiederholen. Ja, letztes Jahr war es ja so, mein Bildschirm wurde schwarz wegen meiner Grafikkarte, wenn ich ein Spiel gestartet habe. Und das ist einfach blöd gewesen. Dieses Jahr ist das Ganze wieder ganz schön und wir sind ja im Dezember. Ich nehme das hier vor dem Dezember auf, ist ja ganz klar, weil ich will ein bisschen vorproduzieren. Jeden Tag ein Video, das ist ein bisschen anstrengend. Klickt to continue, ihr findet diese Map in der Videobeschreibung. If you can read this, you have the resource pack installed. Äh, nein? Habe ich nicht. Ja, also ich habe keine Ahnung, was das für ein Resource Pack ist. Ich habe bei dem YouTube-Video von dem da reingeguckt, also von dem Trailer, kleinen Trailer von dem, keine Ahnung was das ist. Ähm, welcome to Snow Shoveler by Nated Bird. Wir sind hier in dem Web. Ich kann mich wirklich hier noch ganz genau daran erinnern. Ich weiß es noch. Ich kann es wirklich ganz genau erinnern. Wie als wäre es gestern gewesen. Ja, es war auch vor einem Jahr. Ja, nicht gestern, aber vor einem Jahr. Gut, wir sind hier. Snow Shoveler Credits packe ich natürlich auch in die Videobeschreibung. Klick on Names to open social media links. Ja, das ist, äh, ja, nee, okay. Ja, könnt ihr, wie gesagt, selber spielen. So, Gameplay Information. Äh, Snow, äh, Shovel Snow, use your snow by Helpers. Hallo? So, by Helpers. Äh, that Shovel Snow for you can buy upgrades for Helpers. Was? Your goal is to get as much as snow as possible. SPS means no per second. Ja, das kann ich mir, oh, ich kann mich so gut noch daran erinnern. Wie gesagt, also ich habe die ersten vier Türchen gespielt, die anderen habe ich nicht aufgenommen. Da waren aber einige auch hier, die heutzutage noch da sind, ähm, nicht, äh, da letztes Jahr. Und jetzt mache ich es halt nochmal. So, by Snow Shovel. Okay, wir sehen am Scorber diese, äh, dieses Geld, was wir haben. Also, das ist unser Snow. Wir brauchen jetzt erstmal 40. Ich werde auch ein paar Türchen mit jemand anders aufnehmen, weil man es einfach nur zu zweit spielen kann. Und das kann man noch alleine spielen. So, 40 haben wir. Wir müssen hier das machen. Jetzt kriegen wir einen pro Sekunde. Ja, okay. Ja, dann fahren wir hier einfach mal ein bisschen. Oh. Ja, und übrigens ist, ist ja in der 1.8, deswegen sneak ich hier so komisch. Das upgradet sich irgendwo, irgendwie bis hierhin, dann hier. Und irgendwann haben wir auch gewonnen. Keine Ahnung wann. So, wir haben drei Schaufeln. Und haben drei pro Sekunde. Also wird immer mehr, ne? Wir upgraden das jetzt mal ein bisschen. Ja, können jetzt wieder upgraden. Irgendwann sind wir nur noch am upgraden. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt dauert. So, und jetzt hat sich gerade was abgegradet. Ich glaube, bei einer bestimmten Anzahl bekommt man was. Das kann sein, so 1250. Das könnte vielleicht zum Kessel sein, aber in dem Text. Also, was ist denn das hier für ein Item? Plus 26 und was bekommt man hier? Mal 2, minus 2000. Das sollte man schneller bekommen. Generälen wir nochmal das hier ab. Werden wir nochmal das hier ab. Ich glaube, das Upgrade war gut. Also, die Zahlen rattern hier nur so durch. Das bringt überhaupt nichts, das jetzt hier zu schaufeln. Das ist unnötig. Man verbringt es ja nur noch mit dem upgraden. Also, das Türchen ist sehr geil. Ich freue mich auch auf die weiteren Türchen. Ich weiß ja ein bisschen noch, was im dritten oder vierten kommt. Also, die Türchen sind schon geil. Ich freue mich auch generell auf den Dezember. Ich haue jetzt nicht so viele Videos raus wegen der Monetarisierung. Also, dass ich Geld bekomme. Ich bekomme es sowieso noch keins. Also, ja, von daher ist es egal. Und was ich noch einsprechen wollte, auf jeden Fall heute. Schaltet gerne morgen um 16 Uhr ein. Da findet ihr ein sehr, sehr aufwendiges Creeper Games Video, was ich gemacht habe. Und worauf ich sehr stolz bin, weil das mein aufwendigstes Creeper Games Video jemals ist. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie viele Informationen ihr schon mitbekommen habt. Wenn ihr auf meiner Discord-Server seid, der hier eingeblendet ist, da bekommt ihr sowieso alle Informationen mit. Und hier haben wir wieder was? 125.000? Okay, nehmen wir upgraden erstmal noch das hier ab. Oh, was ist denn da jetzt? Redermachine, okay. Wir upgraden nochmal das hier ab. Also, wie gesagt, schaltet gerne morgen um 16 Uhr ein. Also, morgen um 0 Uhr kommt wieder ein Video. Also, ich werde die Videos, den Adventskalender um immer um 0 Uhr raushauen. Also, ich werde einfach vorproduzieren, mache ich ja gerade. Und dann halt einfach, ja, das automatisch hochladen lassen von YouTube. Dann morgen das Video kommt dann halt um 16 Uhr ein anderes Video. Also, manchmal werden auch zwei Videos kommen. Jetzt hat sich hier gerade ein Portal geöffnet. Ein Portal, wie geil ist das denn bitte gemacht? So. Man muss hier übrigens jede Map einzeln downloaden. So, das nächste kostet schon eine halbe Million. Hier kommt noch eins bestimmt und hier kommt bestimmt noch was. Also, könnt ihr die Map, wie gesagt, auch selber spielen. Und dann gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Map so fandet. Mapmaker. 781.000, da brauchen wir auf jeden Fall das. Ich hatte mir auch gedacht, diese Türchen in Streams zu spielen. Aber, hab's dann doch gelassen. Aber, ich will das doch als Video halten. So. 8 Millionen ist nix, aber kostet 32 Millionen. Übertreib halt so. So, was ist denn das? Wie viel sind das? 1, 2, ich muss das jetzt mal zählen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das sind 15 Millionen. Ja, das macht Sinn. Jetzt, jetzt check ich's. Ich hab das letztes Jahr nicht gecheckt, dieses Jahr auch nicht. Jetzt verstehe ich das. Die Upgrades, also zweimal, also mal zwei bekommen, wir bekommen hier statt 2.000 4.000. Also, das hier verdoppelt sich. Und das Mapmaker, was wir jetzt bekommen, 19, äh, ja doch, 19.000. Ne, 196.000. Das bekommen wir jetzt mal zwei. Also, wir bekommen jetzt 393.000. Ja, tatsächlich. Jetzt können wir hier upgraden. Wir haben das nächste Upgrade. Aber dann ist jetzt die Frage, warum sind die anderen hier nicht da? Zum Beispiel Snowblower oder so. Und, warum endet das hier nicht? Also, wann endet das eher gesagt? 62 Millionen. Und ich hab ja auch das Creephy Games Adventskalender Event mitbekommen. Da werde ich auch auf jeden Fall ein Video dazu machen, wenn's nicht schon kommt. Oder gekommen ist. Äh, wie gesagt, ich produziere das hier alles vor. Also, da werde ich auf jeden Fall ein Video dazu machen. Aber ich werde kein Adventskalender zu Creephy Games machen, weil das hier einfach eine Tradition ist. Ja, ich will jedes Jahr einen Adventskalender spielen, den ich aus dem Internet herausgepickt habe. Also, kaufen wir hier mal was. Ja, dann ist das hier da. Ja, ja, okay, ich versteh's. Ich versteh's. Okay. Dann kaufen wir noch das Portal. Ja, jetzt hab ich's raus. So. Werde ich irgendwie zusammenkarten. Ich hoffe, dass ich's hinbekomme. As much as possible. Keine Ahnung. Ich glaub, hier gibt's gar keinen Win oder sowas. Wir haben jetzt alles upgradeet. Wir könnten theoretisch das hier upgraden. Aber irgendwann wird's dann halt so viel. Ich hab gar keinen Überblick mehr über die Zahlen. Ich glaub, das war letztlich ja auch schon so, dass ich irgendwann abgebrochen hab, weil es einfach unendlich weitergeht. Ähm. Oh. Wir haben gewonnen. So wie's aussieht. Es hat sich zurückgesetzt. Oder ich bin hier drauf gekommen. Ne, bin ich nicht. Also, keine Ahnung, wie viel das war. Äh. Wir haben gewonnen. So wie's aussieht. Äh. Ja, ich würd sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum Morgen zum zweiten Türchen und um 16 Uhr zum Free Fire Games Video. Ja, dann bis morgen und ciao. Ja. 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 Ja.